Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Wir sind hier immer noch im Straflager Ligate unterwegs und wir sind gerade hier mittel in einer ziemlich krassen Gefängnisrevolte. Ja, das meiste haben wir ja schon hier so ein bisschen erledigt. Wir wollen jetzt eigentlich ja nur noch raus durch das West-Tor. Obwohl ich ja da schon so die Befürchtung habe, dass wir da vielleicht ein wenig Stress bekommen. Na, werden wir gleich sehen. Also gehen wir erstmal dahin, wo wir hinwollen, zu unserem Sammelbord. Und dann, ja, geht's gleich ans Eingemachte, denke ich mal. Santa, du bist auf! Ich bin auf! Lanz? Ja, genau! Ja, ja! Well, shit! So much for us giving you backup! Ha ha! What a joke! All right! Morlia, let's bust this joint! Mom! Aye. Wie geht's da! Das Design! Sie sind der Kastelgeist! Was, die Sparke? Ich dachte, dass sie ein Weh-Do in ihrer blöde Training waren. Ein Ambush! Gondor! Das ist ein Exodium. Das bedeutet, dass du ein Barschst-Snitch! Das ist ein Barschst-Snitch! Was ist das? Die Hände schreien! Such foul-mouthed creatures. Sie war richtig, dass sie sich gut verletzt. Wait! Wir haben ihn vorher gesehen! Er ist wieder zurück! Sie hat eine Entscheidung gemacht, die in die besten Ergebnisse erzielen können. Ich weiß nicht, wie. Natürlich. Es ist ziemlich unvergültig für Ihre kleine Band von Heróis. Er schießt die Lezards? Bringt sie. Sie wollen etwas aufbauen. Nicht so schnell. Ihre Glück, gut und wahrlich. Sie kam zu Ende. Auf den Tag, die Sie entschieden, gegen M und N zu stehen. Noa und Mio. Aber wie? Those Mobius waren Noa und Mio. Was ist passiert? Wie ist das? Wer ist dieser Mann? Es ist nicht nur, dass er mir sieht, wie ich, aber... Er ist Mobius. Und dann gibt es... Wir haben... den gleichen Gesicht. Shania. Jetzt ist die Lücke, die ich wollte sehen! Die Lücke von einer Frau, unter dem Wettbewerb ihrer Erwartung! Wie kann man, Shania? Warum sind Sie mit ihnen? Du bist mit der Stadt! Die Leute hier, sie sind deine Leute! Meine Leute? Diese Pawns? Die Leute, die nach einem Early Graben, ohne irgendwelche Beispiele für die Leben von anderen, sind kein Kind von mir! Hey, Sub! Ist das das, was du willst? Oh, du hast es einfach, mein Freund! Der Great Gerniker war dein Vater, und deine mediocre Mutter, der City Elder. Oh, und nicht vergessen, deine Stellar-Ouroboros-Results. Ha, ha, ha! Of course you would have to ask that! You never did care about what I wanted! We're not the same at all! Sorry? You said... You said that we were the same! But we're nothing like each other! You sure changed your tune! I'm seeing some newfound determination! You get a little pep talk from your friends, huh? Nobody gave me anything! It's because I'm part of the team! I'm only just starting to figure it out now! But I'm gonna change! Both me and this world! I won't let you! I'll never let that happen! If you stop us, everything's just going to stay the same! It won't stay the same! It won't stay the same! Shania! What's so natural about the life you want? A life you only get one shot at! At any point, someone could come along and tell you, Okay, that's it! Time to go! And who are you to say that life's worse? I know more than you! It's madness wanting a world like that! The best world for us... Is a world that at least gives us another go! We fail! We try again! We might even do better next time round! Shania! Enough now! We're made to fight! To kill each other! Every single day! Just hoping to see another dawn! Either way... We're still fighting for survival, aren't we? Am I crazy? Am I saying something strange? Cause I don't think so! I genuinely don't! Twenty on the right... Twenty on the left... Ten in the middle... The Mobius too... Petulia Bay... It's that way... Gondor! What... What are you... Head for the exfiltration point! Noah! Wait! It's us they want to capture! I'm going to engage the Levenesses on the left-hand side! You can use that as a diversion! Shut the hell up! We'll make the diversion! You're too slow! Can't all make it out... However... A single unit should stand a chance! What are you guys gonna do? We fight... And worst case... We surrender! Let them hear us roar! Remember? N... N... Hold on! Now's the time! Ouroboros doesn't end with us! Right? Candidate? Noah! Damn you! You'll do great! I know it! Alright! We're breaking through! Distract them! However you can! However you can! Gotcha! Okay, soll das jetzt wirklich so laufen? Na schön, dann machen wir das große Ding mal kaputt. Hoffentlich wird das jetzt nicht zu einstrengend. So, konzentrieren wir uns einfach immer auf den großen. Ich habe das Gefühl, die holen sowieso immer Verstärkung nach, also macht das keinen Sinn, diese auszuschalten. Der Plan ist eigentlich ja relativ simpel. Sofern ich jetzt hier nicht immer zu die Akku ziehen muss. Das ist aber auch echt total bekloppt. Aber jetzt sind wir uns eigentlich ja ziemlich sicher. Es sind tatsächlich Versionen von Mio und Noah. Aber warum existieren die eigentlich ja zeitgleich mit den beiden hier? Das ist irgendwie ein bisschen weird. Wow, was zum... Was? Technik-Sperre? Willst du mich ver... Na, warte, das reicht jetzt. Okay, die Sperre ist sogar noch aktiv, während ich den Ouroboros anhabe. Okay, wir pressen ihn. Schuhe ihn. Hier geht's, Mann. Ich bin jetzt all das Ding. Ich bin jetzt. Okay, ich war gerade nicht nah genug dran, ne? Okay. Okay, ich war gerade nicht nah genug dran, ne? Okay, also der ist wirklich jetzt kein Problem. Ich bin einfach zu OP. Das ist es einfach. Und ich bin eigentlich ja noch lange nicht fertig, wenn ich mich jetzt eigentlich ja noch zwischendurch wirklich noch dazu entscheide, die ganzen Nebenquests zu machen. Habe ich sicherlich eigentlich schon in Mio und Lay hier Level 70 erreicht oder so. So, ehrlich, dicht. Das ist eine Chance. Move it! Gondor! Mom, we'll handle this. Get through here and you're free. Quick! What? Yes, screw that! Now supposed to leave you behind as well? The Ouroboros candidates are our future. Come now. You must move. But why? It's the prison food. Gone and developed a taste for it. And the beds are actually halfway decent. It's fine. Don't you worry about us. Thank you. Move it! Don't look back! Gondor! Shania. Oh. This isn't over. You'll see soon enough. Oh, Thor will never make it. But this looks hopeful. I wonder. There's still a few left. Oh, yeah. And two Mobius. And all this without killing. Doubt we'll have such an easy time with these. Yeah, but we helped Gondor escape. Right. And that was priority number one. But, but, other people all got left behind. It's not huge mess. They'll be fine. Unlike us fugitives, they're useful assets. They can still surrender and be put to work again. Still, the more that can escape, the better. So, one last stand? Oh, yeah. Bring it. Such nonsense. Your idiocy knows no bounds. What's so funny? This suits me just fine. You will make an adequate feast. Mobius will savour every one of you. Rest assured. Talking about us like we're food. Well? Sorry, mate, but we fight back! Right. You'll be going hungry today. We fought so hard for this. We're not giving it up. Not ever! Oh, you still intend to resist against these odds. Yeah. You think you can defeat me? We will. For us to move forward, we must. Very well. I will demonstrate beyond all doubt. There is no possible future for you in this world. Let me handle this. You want to. That's a surprise. I need to show them. Make them realise just how powerless they truly are. Just as we were once persuaded. Who are they? All right. Do as you will. Thank you, En. My other self. Thank you. Thank you. Thank you. Ich muss wissen... Geh weiter. Warum? Warum sehen Sie genau wie wir? Wer sind Sie, Leute? Well, jetzt. Wenn... Wenn Sie uns in der Krieg verletzen können, dann sehen Sie für Sie sich die Wahrheit. Die Wahrheit. Warum ist es, wir störe. Die Flamen der Krieg. Ich weiß nicht, dass ich sie verletzen kann. Ich kann. Sie ist Mobius. Wir müssen gewinnen. Auch wenn sie so sieht... wie Mio. Also dann. Schlafen. Schlafen Sie uns aus. Aber jetzt ist die Frage, wieso hat sie geweint? Wird sie das eigentlich in Wirklichkeit gar nicht? Oder hofft sie eigentlich ständig, dass es vielleicht doch anders ausgeht, als sie es jetzt behauptet? Ich hoffe ja wirklich, dass wir das hier schaffen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Kampf hier wird gescriptet sein. Obwohl wir eigentlich ja stärkemäßig jetzt eigentlich ja hier weit überlegen sein sollten. Ich bin mir ziemlich sicher. Ach, sie uns kräftemäßig eigentlich hätte ich viel anhaben können. Seelenfinsternis. Was macht sie da? Anscheinend bereitet sie was vor. Die Das war's für heute. Das kommt schon. Okay, wir werden noch nicht so auf die Hälfte runtergezwungen. Weißt du, wir können sie tatsächlich jetzt wirklich besiegen? Das wäre super. Aber auch gleichzeitig irgendwie traurig, wie gesagt. Das macht mich ja natürlich jetzt stutzig, dass sie die ganze Zeit geweint hat. Gut, bringen wir es hinter uns. Oh, verdammt, ich habe ja keinen Helden dabei. Hm, na gut, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Gut, ich fange zuerst dann mal damit an, die Angriffskraft zu erhöhen. Okay. 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 Okay, Tigon kommt zurück. So, als nächstes dann würde ich mal sagen, ich mache Noa. Lass mich mal überlegen. Genau, 125 Prozent, gut. Senna. Ach, schade, hat nicht ganz gereicht. Gut, Reaktivierung, Juni. So, dann wäre es ja jetzt eigentlich einmal eine Idee. Wen nehmen wir jetzt? So, ich habe jetzt Lance und Noa gehabt, also wäre jetzt eigentlich ja für die Ouroboros-Kombi jetzt entweder Mio oder Senna. Hm. Ich mache Mio. Immerhin hat das ja auch mit ihr zu tun. Äh. Fehlt da nicht irgendwas? Wurde nicht Tyon reaktiviert oder habe ich jetzt da irgendwie was verguckt? Egal, es reicht auf jeden Fall. So, das war's schon mal. So, und Reaktivierung. Juni kommt zurück ins Gefecht und wir machen die 1000 Nadelstiche. So, dann wollen wir mal schauen. So, ich würde mal sagen, Juni nehme ich dann für den Finisher. Und die anderen machen nochmal so ein bisschen extra Schaden, um den EP-Bonus zu steigern. So, dann wollen wir mal mit ihrmittel. So, dann, wir gehen. So, dann können wir mal rein. So, dann werden wir mal rein. Ach, schade keine 200 Prozent, aber es wird reichen. Bringen wir es einfach zu Ende. Das war's. Wir haben gewonnen. Noa! W-What are you attacking me for? Why would you... Noa! What are you doing? What are you... Huh? You just took a swipe at Tyon! A snuff, were you thinking? I went... for Tyon! Mio! Stop this! Mio! 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 Well, aren't you putting up a strong front? What are you doing? It's futile. Stop it, Senna! I was hoping you would have figured it out by now, but I'm afraid simply closing your eyes. It's not enough to escape my power. Just had another brilliant idea. Oh? The whole time you're hijacking our bodies, you ain't moving. Hmm? Which means we've just got to go after you instead! Y-Yuli! What the... Huh? No, it wasn't me! Too bad. I was over here. What? Sorry, Tayon. I need you to stop now. No, it's me! Tayon! I lied. Ha! Well, Spock, this isn't going very bloody well, is it? You've got to be. She's got Mimi! Come, cut her down. What? It's an easy win. You need only take her life. You see the irony. You see the irony? Funny how you've slain so many. To extend your short lifespans. Yet your friends' lives now chain you down, dulling all blades' edges. You can't do it, can you? You can't do it, can you? Pathetic. Then your death will be slow and painful. Your dear friend here shall slice you to pieces until you perish. Mash! Tub. Sit up! Das war's. We don't know when she'll take over, or whose body she'll hijack. Despite that, by the time we detect her attack, it's already... Detect? That's it! Detection! Tion, what are you... The Mobius... It's you! What? What? Sorry, Noah. Tion... what? Our attacks. They seem to affect her real body as well. Was she controlling me? Indeed. But now I know her secret. Listen up. My Monvo will mark the target for you. Oh, yeah? Yes. The only option right now is for us to attack. Trust me. I can guarantee that it will deal damage to her. I hear you. Uni! Yeah? You're... Uni, right? Better believe it. Can't you tell by my smile? Good then. We'll need you to heal us up, after we take damage. Stay strong! Yeah, I got you. Healing's on me. Let's go! Ah, okay. Ich will ja zwar nicht hier meckern, aber ich denke mal, das müssen wir mal kurz aussetzen. Bevor wir jetzt in die zweite Runde gegen Konsul M gehen, würde ich mal sagen, ja, es ist erstmal eigentlich eine gute Gelegenheit, um mal den Part zu beenden. Sorry, dass ich da jetzt hier einfach mal so abbrechen muss, aber das geht nicht anders, weil wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen drüber. Ich meine, ich hatte ja gedacht, es müsste nur eine Runde gehen, aber naja gut, kriegen wir schon hin. Also, ja, die nächste Aufgabe ist ganz klar. Wir müssen erneut Möbius M besiegen. Und, ja, dann werden wir eigentlich auch eigentlich ja endgültig beweisen, dass wir nicht so machtlos sind, wie sie glaubt. Aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Let's Black Xenoblade Chronicles 3. Bis dann und tschüss!